Hi, ich bin Jens, ich bin ein Lifestyle-Blogger und habe vor über 10 Jahren aus einer Laune raus Atomlabor-Blog gegründet. Seit 2007 gibt es also jeden Tag neue Dinge aus der Welt der Fashion, Musik, Gadgets, Web-Trash und noch viel mehr zu entdecken. Wobei es damals natürlich als persönlicher Blog anfing, also ein Web-Tagebuch. Über die Jahre ist dann das daraus entstanden, was du heute auf Atomlabor-Blog entdecken kannst. Eine aus meiner Sicht gelungene Mischung aus verschiedenen kulturellen Themen. Und da ich ein audiovisueller Typ bin, achte ich darauf, dass meine eigenen Fotos und meine eigenen Musikvorlieben in Atomlabor einfließen. Und gute Frage, ja die kenne ich jetzt annähernd so lange, wie es meinen Blog gibt. Und ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich da mal eben schnell Antworten auf meine Fragen bekomme. Ich benutze die praktischen Ratschläge und persönlichen Erfahrungen der anderen User halt als Lifehack. Ich vergesse zum Beispiel immer ganz gerne, wie der Reifendruck an meinen Wagen ist. Und da brauche ich einfach nur mal eben bei Gute Frage nachgucken. Und es gibt immer ganz viele User, die mir da weiterhelfen können. Und im letzten Jahr, zum zehnjährigen Jubiläum von Gute Frage, ja da gab es dann viele Events und Gewinnspiele. Und im November habe ich dann auch mit Gute Frage zusammen zum Beispiel erklärt, wie Mobil.com Debitel 2.tv benutzt werden kann. Und wenn du magst, kannst du mir jederzeit über Gute Frage Fragen stellen. Und ich versuche sie zu beantworten. Und ich versuche sie zu beantworten. Und ich versuche sie zu beden.